Interview. Agile Teamarbeit mit Design Thinking. Hallo, ich bin Robin Mehrer, arbeite als Design Strategist hier am Hasso-Plattner-Institut und darf Holger einige Fragen stellen zu Design Thinking, wo ich mich sehr freue. Hallo Holger. Hallo Robin. Du hast sehr viel über Design Thinking als Prozess reflektiert. Ich höre immer wieder Design Thinking im Zusammenhang mit Kultur. Kannst du mir dazu was sagen? Also erstmal, du hast natürlich recht. Das Thema heute wird viel stärker als Kulturbegriff verhandelt. Der Prozess ist ein Stück weit in den Hintergrund geraten, würde ich sagen. Das war früher, vor fünf bis zehn Jahren vielleicht, das Thema schlechthin, Design Thinking als Prozess. Und jetzt gibt es all diese neuen Narrative. Design Thinking ist eigentlich eine Kultur, die etabliert werden muss. Design Thinking ist ein Mindset. Und das sind natürlich abstraktere Begriffe und viel weitreichendere Begriffe, als erstmal der Prozess scheint. Das Problem mit dem Begriff Kultur oder mit dem Begriff Mindset oder Haltung ist eigentlich, dass ein Unternehmen damit relativ wenig anfangen kann. Gerade wenn es anfangen möchte, Design Thinking und andere agile Ansätze übrigens auch zu etablieren, damit irgendwas zu machen operativ. Da ist der Prozessbegriff viel, viel hilfreicher. Kultur ist letztendlich erstmal alles. Alle Interaktionen, alle Kommunikationen, die wir haben, die Routinen, die Art und Weise, wie wir auf bestimmte Dinge eingehen. Das ist alles Unternehmenskultur oder Organisationskultur. Das heißt, wenn die sich positiv entwickelt, ist es schön, das ist das Ziel, aber es ist nichts, was wir wirklich wie so eine Art Maschine beeinflussen könnten, indem wir daran rumwerkeln. Sondern woran wir arbeiten können, das sind eben der Prozess, das sind Erfahrungen, die die Leute machen. Erstmal ganz gezielt bestimmte Erfahrungen, die sie machen sollen und die dann irgendwelche Erfolgsgeschichten erzeugen. Was bedeutet das? Wir brauchen Leute, die sich auf Design Thinking einlassen wollen und was sie dafür brauchen, sind vor allem Methoden, das sind Tools, das ist der Prozess als eine Art Geländer, woran man sich auch festhalten kann, als eine richtungsgebende Einheit letztendlich. Und damit legen sie los. Und dann brauchen sie einen Anlass, um irgendwas zu machen. Und das sind in der Regel Projekte. Und diese Projekte sollten jetzt auch nicht willkürlich sein, sondern das sollten echte Projekte sein. Also Dinge, die das Unternehmen eigentlich wirklich auf den Weg bringen möchte, unabhängig von Design Thinking, die sie auf jeden Fall erledigt haben möchten. Probleme, die sie lösen wollen, Produkte, an die sie schon immer gedacht haben, die sie jetzt auf den Weg bringen wollen. Und dafür nutzen sie jetzt Design Thinking. Design Thinking, im besten Fall schaffen sie damit Erfolgserlebnisse, sodass das Team natürlich auch beflügelt ist und merkt, hey, hier geht was. Wir haben einen neuen Ansatz, der bringt uns zu viel besseren Ergebnissen. Plötzlich hast du gemeinsame Erfahrungsräume, die du vorher nicht hast. Und plötzlich hast du auch eine erste Einheit von Teams, von Einheiten, von Organisationen, die dafür brennen und die damit arbeiten wollen. Und damit fängst du an. Und so kann sich das letztendlich verteilen in der Organisation. Da fangen da ein paar an, dann fangen da ein paar an. Es ist ja cross-funktional, also alle kommen irgendwie ein bisschen in Berührung damit. Und plötzlich hast du erste kulturelle Veränderungen, weil alle wissen, wir haben einen Ansatz, der hilft uns eigentlich sehr innovativ zu arbeiten und auf den können wir immer wieder zurückgreifen. Und deshalb fangen wir immer an mit den Tools, mit den Methoden und dann nutzen wir sie in Projekten. Immer mit dem Ziel natürlich, dass wir für die gesamte Organisation positive Erfolge damit erzielen wollen. Das heißt, am Ende kommt auch jeder in dieser Organisation oder in diesem Unternehmen damit in Berührung? Also jeder nutzt den Design-Thinking-Ansatz in der Organisation? Es ist nicht so, dass alle Projekte im Design-Thinking-Modus oder im agilen Modus laufen werden. Das ist das, was wir oftmals hören von Unternehmen, die scheinbar überambitioniert zu uns kommen und sagen, lasst uns doch alle unsere Projekte jetzt so laufen. Wir glauben daran, dass das passt. Aber was soll das Unternehmen eigentlich machen, wenn tatsächlich alle Projekte so ergebnisoffen, so nutzerzentriert arbeiten würden, wie das Design-Thinking ja ermöglicht? Das würde ja bedeuten, dass man in einer Organisation plötzlich ganz, ganz viele Teams hat, die alle mit Nutzern in Kontakt kommen, die alle wahnsinnig innovative Ergebnisse möglicherweise zustande bringen und dann natürlich zu Recht darauf beharren, hey, lasst uns mit den Ergebnissen weiterarbeiten. Lasst uns jetzt diese Produkte, die wir quasi schon mal konzeptionell entwickelt haben, lasst uns die weiterentwickeln, lasst uns die in den Markt bringen, vertreiben, vermarkten und daran weiterarbeiten. Aber das würde jede Organisation der Welt, jede Organisation, auch Google, jede Organisation würde das überfordern, wenn alle Innovationsimpulse, die von überall her kommen, sofort aufgegriffen werden würden und weiterverarbeitet werden würden. Warum? Sich eine neue Idee auszudenken für eine App oder für einen anderen Service ist nicht günstig, sage ich mal, aber es ist relativ pragmatisch und schnell möglich. Das dann wirklich zu entwickeln, ist teuer. Das heißt immer dann, wenn du wirklich Code schreibst, wenn die Nullen und Einsen anfangen, dann wird es immer teuer. Und dementsprechend musst du dir sehr genau überlegen, was willst du wirklich entwickeln? Und die Entwicklung ist ja nur ein Teil des Ganzen. Hast du erst mal das Produkt, musst du erst mal dir ein Marketingkonzept dazu überlegen. Du brauchst den Vertrieb dahinter. Der Vertrieb ist auch in der Regel in den meisten Unternehmen jetzt nicht wahnsinnig erpicht darauf, jedes Jahr 35 neue Produkte zu verstehen und an den Mann zu bringen. So funktioniert Vertrieb einfach nicht. Die müssen alle mitspielen. Dann muss der Markt bereit sein. Du musst schauen, was verträgt deine Marke. Wie weit kannst du die Marke auch stretchen hinsichtlich immer neuer Produkte? Ist das überhaupt noch die Marke? Oder musst du wieder ausgründen? Und das sind ja alles Folgewirkungen aus innovativen Ideen, die du beachten musst. Also es kann wahnsinnig schnell, wahnsinnig aufwendig werden. Deshalb, du darfst natürlich gezielt viele mögliche Dinge mal ausprobieren in kurzer Zeit mit Design Thinking. Du solltest dir aber sehr genau überlegen, was davon bringst du wirklich in den Markt? Weil es wird immer ein großer Aufwand sein, logischerweise. Und dementsprechend macht es gerade keinen Sinn, wenn alle ein bisschen Design Thinking machen und dann möglichst noch halbherzig. Und möglichst auch die Leute, die vielleicht gar nicht in der Lage sind, bestimmte Dinge zu machen, weil ihnen vielleicht auch der fachliche Hintergrund fehlt. Sondern du suchst dir die Leute aus, die das wirklich können, die wirklich an der richtigen Stelle dafür sitzen und mit denen versuchst du schnelle Erfolgserlebnisse zu erzielen. Vorhin hast du ganz kurz cross-funktionale Teams erwähnt. Und die scheinen mir eine sehr wichtige Rolle bei Design Thinking und vor allem bei der Umsetzung dann von Design Thinking innerhalb einer Organisation zu spielen. Kannst du nochmal ein bisschen näher auf das Thema cross-funktionale Teams eingehen? Absolut. Also cross-funktionale Teams, das bedeutet ja Teams, die mit Leuten besetzt sind, die mit verschiedenen fachlichen Hintergründen, auch verschiedenen persönlichen Hintergründen zusammenkommen, um gemeinsam an einer Fragestellung zu arbeiten. Diese cross-funktionalen Teams sind essentiell für Design Thinking, keine Frage, auch für andere agile Ansätze. Das bedeutet jetzt aber nicht, dass wir das so eine Art wie bei einer Checkbox machen. Ja, wir haben jetzt einfach ein diverses Team zusammengesetzt. Damit haben wir unsere Schuldigkeit getan. Wir können jetzt Design Thinking machen. Sondern es ist wirklich essentiell, dass die Leute zu dem Projekt passen. Dass wir wirklich die besten Leute, die uns zur Verfügung stehen, gewinnen, die thematisch am meisten dazu beitragen können. Wenn wir das sichergestellt haben und sichergestellt haben, dass die Leute auch Lust darauf haben, dass sie wirklich eine Leidenschaft dafür haben zu sagen, das ist ein Projektthema, da steckt ein Problem dahinter, das will ich wirklich lösen. Da gehe ich auch extra Wege dafür. Da bin ich bereit, auch Risiken einzugehen. Dann hast du eigentlich die Basis geschaffen, um wirklich innovativ arbeiten zu können erst mal. Dann brauchst du noch natürlich die Führungskräfte, du brauchst das Management, was versteht, was da passiert. Das muss dir den Rücken frei halten, keine Frage. Aber das Team als solches muss von der Qualität her schon recht gut sein. Und das sind eigentlich die 90%, die den Projekterfolg am Ende ausmachen. Design Thinking sind wirklich nur noch die letzten 10%. Das ist die Struktur, die wir auf das Team raufgeben, damit sie ein Geländer haben, damit sie wissen, was sie zu tun haben. Wenn sie am Montagmorgen, Projekttag Nummer 1 zusammenkommen und überlegen, wow, wir haben so viel zu tun und alles ist offen, alle Fragen sind ungeklärt, womit fangen wir eigentlich an? Dann hast du Design Thinking, dann hast du einen klaren Prozess, klare Tools, die dir genau sagen, Montagmorgen um 9 Uhr, damit fangen wir an. Keine Angst, um Montag, um 17 Uhr oder um 18 Uhr werden wir erste Ergebnisse haben. Wir werden wissen, was am Dienstag auf uns zukommt. Und das ist wahnsinnig gut für die Teams, sowas zu haben. Gerade wenn du mit sehr offenen, riskanten Innovationsthemen das erste Mal konfrontiert bist. Nichtsdestotrotz, das Team, das cross-funktionale Team, ist die entscheidende Ressource, die du brauchst. Und die meisten Innovationsbemühungen in Unternehmen scheitern genau deshalb, dass man zu schnell zu viele Kompromisse beim Team eingeht. Die Teamzusammensetzung ist essentiell, dass es klappt. Das bedeutet also, du brauchst die richtigen Leute für das richtige Projekt. Die müssen zum Thema passen. Und die kommen aus allen möglichen Funktionen zusammen. In der Regel. Und die haben auch Kontakt zu den Nutzern. Und das sind Leute, die von dem Thema eine Ahnung haben, die für das Thema brennen. Die wollen also auch das Projektthema bearbeiten. Die wollen das dahinterliegende Problem auch wirklich lösen. Und sie sind dafür bereit, auch mehr zu leisten, als sie es normalerweise vielleicht machen würden. Und das ist essentiell. Das heißt, du willst wirklich die allerbesten Leute dafür haben und du willst nicht die zweitbesten Leute dafür haben. Und das sind in der Regel aber die, die meistens verfügbar sind für viele Projektthemen. Du kriegst meistens die Leute, die irgendwie verfügbar sind. Und damit fängt es dann schon an in vielen Innovationsprojekten, dass du zu schnell zu viele Kompromisse eingehst und dass darunter natürlich auch das Projektergebnis am Ende leidet. Du hast vorhin von zwei Ansätzen gesprochen. Einmal von Design Thinking und auf der anderen Seite von agiler Entwicklung. Wie gehen diese beiden Ansätze zusammen? Gehen sie überhaupt zusammen? Gehen sie vielleicht sogar getrennte Wege? Wie ist deine Meinung dazu? Wie ist deine Expertise dazu? In der Regel gehen sie zusammen. Die Praxis zeigt eigentlich, dass die Unternehmen, die sich für Design Thinking interessieren, schon freu Erfahrungen mit agiler Entwicklung haben. Das heißt, die haben Ansätze wie Scrum bereits etabliert. Die arbeiten in diesen Vorgehensweisen. Und das funktioniert auch für sie sehr gut auf einer Team-Ebene. Aber was ihnen oftmals fehlt, den Unternehmen und auch den Teams, ist es zu verstehen, woher kommen denn eigentlich die Projektthemen? Also woran arbeiten wir hier? Wer hat denn sich diese Produktvision, an der wir jetzt arbeiten, ausgedacht? Und in Unternehmen kann das aus allen möglichen Quellen kommen. Das können einzelne Leute sein, sogenannte Solution Manager oder einfach das obere Management, das sich irgendwann das mal ausgedacht hat oder das in Kundeninteraktionen schon steht und dann auf eine Idee gekommen ist, hey, wir müssten eigentlich so eine Art von App entwickeln. Das wäre jetzt genau das, was wir brauchen. Das kann oftmals sehr gut funktionieren. Leute haben oft den richtigen Riecher und machen das. Das ist aber auch schon oft nach hinten losgegangen. Es gab schon ganz oft riesige Entwicklungsprojekte, wo die Leute in der richtigen Weise am Falschen gearbeitet haben und Millionen verbrannt haben, weil niemand im Markt das brauchte. Und Design Thinking ist insofern die gute Ergänzung zu der agilen Entwicklung, weil sie dir eine Möglichkeit gibt, vorher zu erfahren, ob das, was du da machen willst, tatsächlich Hand und Fuß hat. Braucht das der Nutzer? Und wenn du den methodischen Ansatz richtig machst und dir selber auch die Freiheit gibst, zu scheitern, dann wirst du sehr schnell erkennen, ob du auf dem richtigen Weg bist oder nicht. Das heißt, du kannst ganz, ganz viele Entwicklungsrisiken am Anfang rausnehmen mit Design Thinking und machst dann auch wirklich nur das, was einfach auch wünschenswert ist oder attraktiv für den Kunden. Wie schwierig ist da die richtige Schnittstelle zu finden zwischen Design Thinking und der agilen Entwicklung? Also wenn es zur Verzahnung kommt, man weiß, was man machen möchte als Unternehmung, man hat das exploriert, man hat die Bedürfnisse der Kunden exploriert, hat auch Prototypen entwickelt. Wie geht die agile Entwicklung dann mit den Ergebnissen von Design Thinking um? Also wie sieht konkret die Schnittstelle aus? Ja, also in der Regel wird das Design Thinking Team einen Prototypen testen und erkennen nach mehreren Testrunden, dass es funktioniert für den Kunden. Dann wird das Management mit reingeholt. Das schaut drauf und sagt, das ist auch strategisch für uns interessant. Und so geben alle Stakeholder irgendwann mal ihre Meinung zu dem Prototypen ab, dem Design Prototypen. Und es finden einfach immer wieder Bestätigungsprozesse statt, sodass das Team letztendlich relativ gut intuitiv einschätzen kann, das ist okay so, wir brauchen das nicht weiter iterieren, wir sind auf was gestoßen. Und dann nimmt man diesen Prototypen, geht raus aus dem Design Thinking Prozess und übersetzt das dann in einen Product Backlog oder einen Produkt Backlog. Das bedeutet also, man seziert ihn wieder, nimmt die Eigenschaften dieses Prototypen und definiert sie quasi als User Stories, die das Produkt abbilden muss. Die werden dann priorisiert, dass man genau weiß, was muss man am Anfang entwickeln, was muss man am Ende entwickeln. Das, was am Anfang entwickelt wird, wird sehr detailliert beschrieben. Alles weitere ändert sich ohnehin noch 100 Mal. Und mit diesem Product Backlog können dann Entwickler sehr gut arbeiten. Im Gegensatz zum Design Prototypen. Das zu coden, ist unmöglich. Aber das Backlog, das ist die richtige Schnittstelle dann in die Entwicklung. Du hast gerade vorhin das Thema Strategie nochmal aufgeworfen, was mich zu dem Gedanken bringt, wie flexibel, wie agil muss eigentlich eine Strategie von einem Unternehmen sein, um mit den Ergebnissen, die auch aus Design Thinking heraus und aus diesem Arbeitsmodus beziehungsweise Ansatz entstehen, damit auch umgehen zu können. Oder stelle ich mir das so vor, es entsteht etwas durch den Design Thinking Ansatz, wird an die Strategie herangelegt und geguckt, ob es passt. Wenn es nicht passt, fliegt es raus. Fragezeichen. Wie geht man mit diesem Thema um? Das finde ich sehr spannend. Absolut richtig. Also wie agil muss eine Strategie sein? Wie agil kann eine Strategie sein? Das ist auch letztendlich die Frage, weil je mehr natürlich Innovationsprojekte aller Design Thinking du beginnst, desto mehr kann es inhaltlich in alle Richtungen gehen. Und keine Strategie der Welt kann alle Ergebnisse abbilden. Das zerreißt jede Strategie. Du musst ja irgendwie eine Richtung vorgehen. und dazu sollte natürlich auch die Design Thinking Projekte passen. Oder man entscheidet sich bewusst dazu, dass man sagt, es gibt so ein paar, wir nennen es dann auch Horizont 3 Projekte, Dinge, die eigentlich nicht zu unserer Strategie passen und die gönnen sich manche Unternehmen. Also Google beispielsweise mit Google X ist einfach eine Art Inkubator für neue Produktideen, die gerade nicht Googles Kernstrategie abbilden. Die können in alle möglichen Richtungen gehen. Da kommt es jetzt auf die Power, auf die Ressourcen einer Organisation an. Wie viel davon können sie sich leisten? Aber viele Design Thinking Projekte informieren natürlich auch Strategien. Dass man auch erkennt, Moment mal, da kommen wiederkehrende Muster. Also egal, welches Projekt man sich anschaut zu bestimmten Kundengruppen, wir kriegen immer wieder ein bestimmtes Feedback, dass bestimmte Produkte nicht funktionieren oder dass sie jetzt ganz andere Produkte benutzen, die wir noch gar nicht auf dem Schirm hatten. Und natürlich sind das alles wertvolle Informationen für die Strategieentwicklung, die darauf reagieren sollte. Insofern ist natürlich im besten Fall Design Thinking auch eine Art kleiner Satellit, der rumfliegt, der irgendwie das Weltall kartografiert oder du hast vielleicht auch mehrere davon und dann wiederum zurücksendet an das Mutterschiff, was passiert da draußen eigentlich gerade und jetzt gucken wir, in welchen Kurs wir damit einschlagen. Holger, vielen Dank für das Gespräch. Danke dir. Danke.